Willkommen zu Frequent Traveler TV, hier wieder heute mit einer frisch gepressten Ausgabe für euch aus der Villa Deluxe. Heute haben wir frisch gepresste Themen für euch vorbereitet und zwar Discover Airlines, der Streik, der jetzt drei Tage dauern soll, ruft die Kollegen der Lufthansa zum Streik auf. Discover Airlines, also ein Sprecher von Discover Airlines, eigentlich ist er ein Sprecher von Lufthansa gewesen, lustigerweise, der sagte, zwei Drittel der Flüge sollen stattfinden. Dann haben wir für euch nochmal Brüssel oder Brussels Airlines, heißt also, ich muss Brüssel, habe ich geschrieben, warum, komisch. Also Brussels Airlines drohen auch mit Streik und jetzt kommt das Geile, sie sagen, es ist ein ungemütlicher Sommer. Also auch hier wieder viel Spaß und Freude. Wir haben dann ein Thema Flughafenstreik sollen weniger werden, weil es eine Art, ja, ein Gruppentarifvertrag, geben soll und es soll dann weiter als Branchentarif oder Gruppentarif und wir haben dann noch gute Nachrichten von der Condor A330 Neo, die Romeo Bravo war es, genau, die fliegt wieder. Gucken wir mal, wie da das weitere Planungsverhalten der Condor ist mit. Und wir haben Austrian 7777, die auf der Kurzstrecke fliegen soll in diesem Sommer. Auch interessante Sachen. Auch was wichtig ist, solltet ihr an dieser Stelle immer wieder euch angucken. Wir haben heute auch wieder einen, ja, einen Meilenwittwoch, aber an einem Samstag. Kanalmitglieder ab Business Class können den sich sofort anschauen. Genau wie die Kanalmitglieder ab Business Class auch ab sofort kostenlos an den Stammtischen teilnehmen können. Ihr könnt mir immer eine Nachricht schicken, dann schicke ich euch eine Teilnahmebestätigung. Ganz wichtig. Und Meilenwittwoch an einem Samstag, das wird eine feste Rubrik werden. Also wir werden Meilenwittwoch am Mittwoch und am Samstag machen, wenn es Themen gibt. Aber es gibt immer Themen und da sind auch Themen spannend, wie zum Beispiel ein Statusmatch zu Marriott Bonvoy, der jetzt live geschaltet worden ist. Auch haben wir ein Thema 15-fache Meilen bei Lufthansa Meilenwittwoch pro ausgegebenem Euro. Und was haben wir noch? Lasst euch überraschen. Ihr seid jetzt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen. Aber auch ganz, ganz wichtig, unten immer wieder zu schreiben, was ihr wollt. Und denkt an die Kanalmitgliedschaft. Das erste Thema ist der Discover-Streik. Und da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, das ist jetzt harter Tobak, was da passiert. Nur ein Drittel fällt aus, eigentlich zwei Drittel. Wenn wir beim letzten Mal geguckt haben, waren es glaube ich zwölf Flüge und zehn haben nicht stattgefunden. Also es war wesentlich mehr. Wenn man jetzt in die Berichterstattung reingeht und sich das Ganze anguckt, was da geschrieben wird, ist es so, dass die Lufthansa davon ganz klar ausgeht, dass zwei Drittel aller Flüge stattfinden. Und das sagte ein Sprecher der Lufthansa gestern am Freitag. Lustigerweise hat Discover keinen eigenen Sprecher. Die Passagiere werden natürlich umgebucht, werden vorab informiert. Und ganz wichtig ist, dass die 24 Airbus Jets und 24 Piloten natürlich eine kleine Fluggesellschaft ist, wenn man so die Zahl sich anguckt. Aber trotzdem, es macht halt viel Stress. Und was ich auch spannend finde, ist halt wirklich, dass man dann wirklich auch aufruft, bei anderen Fluggesellschaften der Lufthansa Gruppe da einen Solidaritätsstreik zu machen. Und genau das ist das, was passiert ist, dass man einen sogenannten Soli-Streik da haben möchte. Und da reden wir jetzt nicht über den Solidaritätszuschlag, Beitrag oder wie auch immer, sondern die Lufthansa-Piloten sollen sich den Discover-Piloten anschließen und damit dann sich solidarisieren. Natürlich, die Gewerkschaft ist dieselbe, die Vereinigung Cockpit, die ist bei der Lufthansa, die ist aber auch bei der Discover am Start oder auch bei der Münchner Ablege-Geschichte. Und da ist es so, die am Freitag mitgeteilte Unterstützung-Aktion ist nur auf wenige Flugzeuge der Teilflotte der 787 beschränkt. Und hier soll es dann zwischen 8 und 12 Uhr bei Abflügen ab Frankfurt zu Einschränkungen kommen. Finde ich auch spannend. Andere Starts mit anderen Flugzeugtypen sind nicht betroffen. Also, dass das jetzt sogar nach Teilflotten geht, ist auch eine Lustigkeit. Vor diesem Streikerhof-Ruf hatte der Konzern angekündigt, dass dieser Pilotenstreik natürlich da nur die zwei Drittel der Flüge stattfinden lässt. Hatten wir ja auch schon besprochen. Aber ich weiß auch nicht, also dieses Gestreike, das ist schon schwierig. Und drei Tage, die da gestreikt werden sollen. Und vor allem, wenn man dann halt auch sieht, dass bei Brussels, und da können wir auch direkt auf das Thema eingehen, auch quasi ein Unrest for Summer oder ein ungemütlicher Sommer vor den Augen ist. Ihr seht, ich habe wieder den großen Monitor. Es wird langsam hier in der Villa Deluxe. Aber wir werden hier übrigens noch Farben an die Wand bringen. Aber wie gesagt, Brussels Airlines möchte auch weiter streiken, weil sie halt auch um ihre Gehälter kämpfen. Und da ist es so, dass es bei den Frankophonen Christian Union CNE gesagt hat, dass es dadurch natürlich auch bei Brussels Airlines zu Verspätung kommen kann. Und ihr wisst ja, wenn ihr bei lufthansa.com bucht, kann es durchaus mal passieren, dass man auch eine Brussels-Verbindung bekommt. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Natürlich hat man gesagt beim Brussels-Management, dass man zur Verhandlung bereit ist und bla bla. Aber ich denke mal, dass das ja nicht nur bei der Kabinencrew so ist, sondern auch bei den Piloten und auch bei den Bodendienstleistern, dass die da alle unhappy sind. Und dieser Streik, der jetzt abgeht, ist im Gegensatz zu den anderen kein Pilotenstreik, sondern ist ein Streik von den Kabinencrew-Mitgliedern. Also das heißt Flugbegleiter, die da streiken. Und wir haben natürlich dazu auch eine Frage der Trages. Werden es immer mehr Streiks? Gefühlt habe ich es so wahrgenommen, dass es mehr Streiks gibt. Und die andere Frage ist, sollen die Lufthansa-Sichtpiloten sich an diesem Streik von der Discover beteiligen? Heißt also, dass die Teilflotte der 787, die dort mitstreikt, ist das jetzt Solidarität oder ist das einfach falsch verstandene Solidarität, weil es ja eigentlich eine andere Firma ist? Oder ist es so, dass man sagt, nee, eigentlich ist es keine andere Firma, weil ihr versucht, uns ja nur gegenseitig auszuboten und dass man da dann zusammen gegen vorgeht? Da könnt ihr dann wirklich unten kommentieren, den Kanal dann natürlich voll machen und dann werden wir eure Fragen natürlich auch irgendwann mal beantworten. Ich werde so eine FAQ-Sendung machen. Ich habe schon einige Fragen zusammengetragen. Vielleicht schaffe ich es morgen am Sonntag. Mal gucken, ob ich mit Franny was aufnehme. Auf jeden Fall Mario hat versprochen, morgen Vormittag was aufzunehmen. Also da wird es was geben, ihr Kinderlein. Jawohl, so, da ist es. Die Flughäfen greifen da auch durch und sagen, ja, wir sind es etwas leid, dass man dort bei den ganzen Streiks immer wieder hier und da Streiks hat, weil es natürlich ein Problem ist. Wenn in Hamburg gestreikt wird, kann man in München auswirken. Wenn in München gestreikt wird, haben sie Berlin auswirken. Wenn wir in Berlin gestreikt, haben wir in Düsseldorf auswirken. Also das heißt, es ist halt ein globales Netz und deshalb soll es einen Branchentarif geben. Und an den deutschen Flughäfen soll sich das wirklich jetzt ändern, dass man einen Branchentarifvertrag eingeht. Und das nennt sich dann für Bodenverkehrsdienstleister. Denn die Gewerkschaft Verdi mit den Arbeitgeberverbänden der Kommunen, VKA, VKA, okay, ja, heißt Kommunen, und der ABL, das sind die Privaten, hat dort einen Vertrag abgeschlossen, dass man das jetzt macht. Stadtzahl reiche sich über das gesamte Jahr oder Jahre mittlerweile, weil einige Sachen sind ja wirklich so lange schwelend, herziehen soll es da einmal zentral gemacht werden. Hat natürlich dann Vor- oder Nachteil, dass wenn in Frankfurt nichts geht, geht in München auch nichts. Also das heißt, die werden dann, ja, München ist ja mit dem Bodendienstleister, aber nun gut, schauen wir mal, also mit der Sicherheitskontrolle und so weiter. Wisst ihr, dass es da in Bayern etwas anders geregelt ist, aber es kann trotzdem durch zur Verzögerung kommen. Und man möchte da halt auch einen Manteltarifvertrag machen und einen Geldtarifvertrag, so wie es dann klassisch übrlich ist. Und man wertet diesen Abschluss als großen Erfolg, denn die Branchen-Tarifvertrag ist unsere tarifpolitische Antwort auf 20 Jahre Deregulierung und Dombom-Dumping am Flugzeug, äh, Flughäfen, Flugzeugen sowieso. Jetzt können wir den Wettbewerb auf Rücken der Beschäftigten ein Ende setzen. Ähm, ich persönlich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Heißt also, heute haben wir ja alleine die ersten 10 Minuten gefühlt, naja, es waren 7 Minuten, über Streiks geredet. Äh, und dadurch, dass der Lufthansa-Konzern so weit verzweigt ist, haben wir auch belgischen Streik abgedeckt. Ihr könnt ja wirklich unten kommentieren, was ihr dazu haltet und, äh, die Kanalfrage oder die Kanaltagesfrage, so ist es richtig formuliert, beantworten. Da bin ich auch gespannt auf eure Themen. Wo wir auch alle drauf gespannt waren, das war bei den Freunden von der, ähm, Condor. Die hatten ja mit der Romeo Bravo ein fabrikneues Flugzeug und, äh, bei dem fabrikneuen Flugzeug ist es in der Tat so gewesen, dass es dort Probleme gab, weil es Unfall gab. Und zwar gab es da ein Loch im, äh, Rumpf, weil da jemand gegengefahren ist mit seinem Catering-Fahrzeug. War natürlich problematisch, aber die, äh, Romeo Bravo ist jetzt repariert und das hat auch wesentlich länger gedauert, als man gedacht hat. Und sie soll dann schon, ähm, heute Gäste fliegen, ja. Und zwar 25 Tage nach der Einflottung ist dieser Unfall passiert. Dann gab es, ähm, halt das Problem, dass man seit dem 27. September, da ist das mit dem Unfall passiert, ähm, ähm, auf das Flugzeug passiert hat. Also Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. Fast fünf Monate Ausfall. Was das an Geld kostet, ich hatte ja gestern gesagt, was Flugzeuge kosten im Monatsleasing. Und da kann man natürlich immer mit den Ohren schlackern, was da für Preise kommen. Und der Highloader, der zum Aus- und Einladen der Frachtkorn, der war übrigens kein Catering-Fahrzeug, das Loch verursacht hat, ähm, hat damit jetzt wirklich, ähm, ja, ein Problem kreiert. Und das ist jetzt behoben. Ähm, man möchte damit als erstes nach Cancun fliegen, heißt also Mexiko Ole, schön in die Sommer, mit der grün lackiert war sie, ne? Ne, blau lackiert ist sie. Äh, mit der blau lackierten Ringelsocke dann nach Mexiko. Und, ähm, der Testflug, der hat natürlich alles kontrolliert. Man muss natürlich gucken, dass alles in Ordnung ist, dass alles dokumentiert wird. Und damit ist das dann in Ordnung. Aber am Dienstag ist das Flugzeug ja dann auch dem Testflug gegangen. Wenn ihr wissen wollt, wie der Testflug war, wir können uns das mal einmal, glaube ich, auch angucken auf Flightradar. Da muss ich mal einmal kurz, ähm, hier das eingeben, Flightradar. Und dann gucken wir mal die Kennung an. Und zwar war das die Delta, ähm, Delta, Alpha, Romeo, November, Bravo. Habe ich das richtig gesagt? Nein, November, Romeo, Bravo. Und da seht ihr das dann. Warte, ich gebe euch das auch auf die Augen. Wenn man so viel Bildschirm hat, dann... Und da seht ihr es, äh, jetzt auch größer. Da ist sie dann geflogen am 14. Und da können wir uns das mal gucken, angucken, wie die Strecke war. Da seht ihr das auch, dass man dann von Frankfurt aus, wir drücken einfach mal da auf Play oder ich mach's mal ein bisschen schneller, dann nach Norden geflogen ist, ein bisschen Kreise geflogen ist, wieder über Kassel an Hannover vorbei. Ist das hier irgendwo Uelzen gewesen? Hamburg, dann raus auf die Nordsee zurück. Schluck, warte, da war ich zu schnell. Und dann wieder mit einer Kurve über Hannover zurück. Ups, 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 ups. Ups, da waren wir mit der Richtung falsch. So, und dann einmal um die Ecke rum. Ups, und dann wieder in Frankfurt gelandet. So, man muss mit dem Körpers auf dem Flugzeug bleiben. So, damit gebe ich euch dann wieder mein Gesicht. Damit haben wir das nämlich auch abgearbeitet, was damit passiert ist. Und dann haben wir als letztes Thema heute wieder ein Thema zum Abschluss. Und zwar die Boeing 777, die halt da unterwegs ist von Austrian Airlines. Aber nicht auf der Langstrecke, sondern auf der Kurzstrecke. Und da viele von euch ja gerne mit Langstreckenflugzeugen auf der Kurzstrecke fliegen, ist es so, dass man im April und Mai von Frankfurt aus und von Zypern aus nach Wien fliegen kann mit der 777. Heißt also, auf der Kurzstrecke. Lanarka ist natürlich ein bisschen hübscher, weil es ein bisschen länger ist. Aber geplant sind die Flüge zwischen Wien und Frankfurt am 12. März, also bis 12. März, immer dienstags als OS 205, 206. Dann als 2015, 2016. Am 4. April, am 14. April als 2003 und 2004 OS und als 2013 und 2014. So geht das dann weiter im Regelfall bis dann zum 31. Mai. Es gibt übrigens auch Berlin. Da gibt es nur zwei Umläufe von Wien nach Berlin. Einmal den Hinflug am, was war es denn? Am 4. März, am 18. März und am 25. März. Also das heißt, es gab drei Umläufe sogar als OS 235 und 236. Damit könnt ihr das machen. Und Lanarka gibt es am 1. April, 6. April, 13. April, am 20. April, 12. Mai, 17. Mai und 12. Nee, Quatsch, 26. Mai. Als OS 831 um 12.30 der Abflug nach Lanarka und dann zurück geht es dann mit der OS 832 Flugnummer um 17.30. Und dann ist man um 19.40 wieder in Wien. Die Flüge finden natürlich oft statt zu Schulungszwecken und so weiter. Das ist der Grund, weil man da Piloten schulen möchte. Ihr fragt euch immer wieder, warum macht ihr das? Was haben wir denn noch als Themen? Gar nichts mehr. Denn jetzt seid ihr dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen und auch wieder euch auf die morgige Sendung zu freuen. Und für alle Business Class Mitglieder, Kanalmitgliedschaft, ihr seht das ja schon früher und ihr könnt auch schon die Sendung wahrscheinlich dann relativ kurzfristig sehen. Unser Meilenmittwoch aber an einem Samstag und könnt da auch schon rege kommentieren und ich freue mich. Also schaut unten und viel Spaß. Bis dann. Und ich bin hier raus. Ich gebe euch aber nochmal den Abspann. Da haben wir ihn auch schon. Also bis dann. Ciao. Ciao.